Anlauf Zweiter Anlauf, wir haben nicht mehr den ersten Nein, das ist immer noch der erste Anlauf Naja, ich weiß auch gar nicht, wo mein Auto Ist mein Auto jetzt eigentlich auch irgendwo? Ich sehe auch die Karte so schlecht, weil so Aber du müsstest eigentlich auch ohne das Apartment einladen können, oder nicht? Ich hab's gerade probiert, ging nicht Ich verstehe auch nicht, warum die blöde Karre immer so weit weg Jetzt Noch hängt sie nur So, und wann werde ich die Karte? Boah, da steht Und Martin, soll ich oder soll ich nicht? Hier steht einer von dem SWAT-Team Ganz allein Komisch Naja Macht nichts auf den Unfug, weil ich muss jetzt gleich einladen Ja, ich... Ja, mach das mal Also Stream läuft Schauen wir mal Kommt drauf an, wie du mit mir jetzt umgehst Ehe, ich brauch Dingsbums Position starten Ja Nein, warte ich mal Ich hoffe halt jetzt nicht, dass wir jetzt dann wieder Nochmal in dem Apartment da rum tun Vermute leider schon Also ich weiß nicht, wie man da wieder die Dings startet Den Stream, also Ist echt komisch Ne, wieso? Läuft doch Na, du musst auf das Logo oben Also auf den kleinen Minecraft-Avatar Jo Also Einladungen sind raus Ich hoffe, ihr schafft es diesmal ohne Ja, Einladung ist da Also ich bin hier schon unterwegs quasi Was passiert? Ich weiß nicht, Chris hat die Einladung bereits angenommen Dürfen wir wieder Clannamen nehmen oder musst du jetzt wieder Decknamen nehmen, weil jetzt wieder irgendwie... Keine Clannamen Keine Clannamen Keine? Also du bist Juanito Juanita Ta Ja Juanito, Cristobal und Martinez Ja Gar nicht echt, ja Ganz ehrlich, das wird nicht lange dauern und dann rutscht da sowieso wieder der Name drauf Jungs, nehmt ihr mal eine Einladung an, wie sieht's aus? Ich bin doch schon drin Ja, der ist der Einzige, der ist ja der andere Ja, Start Puh, leg los, komm Oh, ich bin Feuerwerk Ähm, ja Der Ghost macht glaube ich gerade wieder eine Welle Ja, das ist nicht so lange gedauert So ein Vollpfosten, ey Das war so echt keine Absicht Ihr seid übrigens eingeladen Ja, ich kann nicht Ich bin gerade tot Guck mal, Leifan, das war echt keine Absicht Ja, ich hab jetzt auch keinen Bock mehr, komm raus jetzt Also, sorry Komm, ich spiele jetzt Anno Scheiße Ja Was denn treibt ihr zwei denn? Ihr sollt einfach nur aufs Handy gehen und ihr... Ja, dann haben wir jetzt halt leider ein Auto weniger, glaube ich Das klingt nicht nach einem Unfall, muss ich sagen, ja Ach komm, hier währenddessen hier Clash of Clans, können wir mal kurz... Oh Jetzt schauen wir mal Ich hab nicht bad, ist ein Rathaus Level 9 Eine Stunde 16 Minuten, ja, da zocken wir noch, das... Können wir hier noch im Stream zeigen Außer hier das Spiel stürzt wieder ab Wir sagen beim nächsten Absturz dann doch wieder Minecraft, oder? Wie schaut's aus? Ja, bin ich dabei Nein Das wollte ich... Das hatte ich fürs nächste Mal geplant Achso Ja, der Ghost Gum Tree ist im Chat, ja, hallo? Was? Na ja Achso Das war eigentlich keine Absicht Ne, das passiert mir auch so oft mit den... mit den Granaten Weißt, dann machst du rum, willst eigentlich die Waffe durchschalten Ähm, und schon hängt da wieder so eine Haftmine an der Karre Nein, die Haftmine, die war schon Absicht, aber dass ich dann auf G gedrückt hab, das war keine Absicht Naja, das ist ganz Zufall Eigentlich wollte ja während der Fahrt aus dem Auto aussteigen Ich hab nur noch eine Panzerung gekauft, bevor es hier losgeht Das kommt wohl oder Schiff oder irgendein Zeug Ja, jetzt nicht mehr Ja, jetzt müssen wir erstmal bis zum Flughafen kommen Außerdem im Auto ist ja dann sowieso alles super Ich drücke jetzt einfach bereit zum Spielen, ich mach's ja gar nicht lang rum mit Klamotten hin und her Wobei ich könnte natürlich eigentlich, dass man meine Frisur sieht, kann man eigentlich bei Tarnung... Gibt's da was ohne... Naja, ist das schon wieder zu spät So, schauen wir mal Ach ja, da ist ja die Frisur nochmal Ich dachte, du bist so... Ja, du hast ja... Ich hoffe, du redest nicht mit mir grad Natürlich nicht Ja, das ist gut, ich hab einen Haufen Geld für die Frisur ausgegeben Ja Ne, ist wirklich so So, schauen wir mal Irgendwie der Weg Guckt mir irgendwie bekannt vor Ich hab jetzt mal variable Bitrater eingestellt, mal schauen, vielleicht bringt das ja ein bisschen mehr Jetzt spiel dich ja rum, jetzt krieg ich wieder alles kaputt Hm? Ne, ich hab nur, ich spiel gar nicht, ich bin hier Voll konzentriert Auf die Autofahrt Sogar wir die über diese alle ausflippen vor allem Ja, bei Tilo könnte ich jetzt doch mal irgendwie Fahrt überspringen drücken eigentlich Ja, wie mach ich das? Ja, weiß ich nicht, irgendwie... F? Ne, keine Ahnung Ne, also F drücke ich jetzt nicht Hahaha Das hat, das hat bei mich gefunktioniert Schießt da einer hinter mir? Oh, der Ghost macht da ja alles Der, 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 der Bus ist ja grad in die, in die Luft gehüpft Ich glaub, das ist schon wieder, ich glaub, spiel ich das gleich wieder ab Hahaha Das war wirklich grad so, 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 so ein VW-Bus oder was? Und auf einmal hüpft der hoch Hahaha Hahaha Ja, aber das Gefühl, ich hör schon wieder Schüsse irgendwo Was du immer hörst Da schießt doch einer Die Autos, die alle quer stehen, habt ihr schon gerammt, oder? Die haben wir schon, ja, ja, das so ein bisschen Du musst da abbiegen Hahaha Hahaha Oh, ja Ah, ist das anstrengend Ja, Fahrt überspringen, da müssen wir mal gucken, welche Taste das ist So, jetzt bin ich mal gespannt, hier ist es dann irgendwann passiert Ja, dann bleib stehen, mach nix mehr Hm? Na, das wird nicht an der selben Stelle passieren, dass du auch Was man aus dem Spiel fliegt, das erzählten was irgendwie zu tun hat Ja, nein, das ist ja schon irgendwie hier Grafik, irgendwas komisch Ich weiß ja auch nicht Shit, jetzt bin ich dann gleich wieder falsch gefahren Fummel! Du musst in diese gelbe Linie Ja, mhm Ja, mhm Aua 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 wieder doppelt 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 martin es hat sich auch gerade doppelt gehört doppelt ja schon wieder also ich bin uns dann gleich da übrigens weiß nicht wo ihr ach so ja ja idioten maske aufsetzen ja ausgezeichnet bitte nicht das flugzeug übrigens ja das ist ja 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 so da hinten kommen noch welche ja die erwarte noch nicht ach das ist ja geil das war jetzt ich gleich ja ach ihr habt ihr auf diese dinger wieder geschossen ach ja und da fliegen halt die typen mit in die luft das ist super naja naja ja 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 Also jetzt hat er gerade wieder irgendwie geruckelt, ich weiß auch nicht, das ist... So. Da, da, ich bin in der Luft. Gut so, es geht laut. Okay, jetzt müssen wir hier nur noch aufräumen. Ah, ich habe jetzt auch so einen Balken über dir gesehen, hier Drökelbecher. Da war so eine Lebensanzeige. Ist das vielleicht neu? Wird ja keiner Release Notes gelesen, merk schon. Da lohnt es ja auch immer zu killen, eigentlich nicht. Nein, wir müssen die alle, die müssen alle weg und dann müssen wir abhauen. Verlassen. Okay, das war's. Genau, jetzt müssen wir eigentlich nur noch weg und dann ist alles gut. Ihr könnt ihr die Musik auch gar nicht hören. Ich hab nämlich heute mal ein bisschen Musik im Hintergrund laufen. Geh mal frei. Bei deiner Musik wollen wir die auch gar nicht hören. So was Klassisches oder... Ne, also... Lustig. La 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 la. Ne, vielleicht nicht Wachkons geeignet für sowas. Na, hm. Na gut, das ist gematechnisch glaub ich auch kein Problem, aber... Ne, doch jetzt nicht. So. So. Aber jetzt hängt sie wieder am Piloten. Da bin ich gespannt. Haha. Ist hier unser Einkaufsladen? Ne, ich glaub die sind während den Dingens, äh, sind die irgendwie glaub ich zu. Kann das sein. Oh, das ist aber ein guter Punkt, wenn wir nachher durch sind. Äh Martin, ich muss nämlich auch zum Laden. Ich muss auch meine Dings auffüllen, meine Arma. Ja, hier ist ein Supermarket. Ja. Ui, ein Sonnenuntergang, den ihr nicht seht. Haha. Ja, ich hab hier auch einen. Der ist nicht so schön wie ich. Der ist auch viel schöner. Ich fahr hier so ein bisschen, dass die Zuschauern auch ein bisschen was bieten. Hier ist ne Tanke, vielleicht kommt man da rein. Aber ich will nicht zu viel rumfahren, dass das Spiel wieder abstürzt. Haha. Wär jetzt glaub ich blöd, oder wenn ich jetzt rausfall. Halt! Nicht in die Tanke gehen. Also bloß nicht. Ja, vor allem, ich hab ja die Dings auf dem Kopf, die Maske. Ich sehe ja furchtbar aus, wenn ich so die Tanke gehe. Ja ne, lass die auf. Das ist eigentlich besser, wenn du die auf hast. Ganz ehrlich. Ach wisst du was, ich flieg jetzt einmal in den Sonnenuntergang, ich lande jetzt da nicht. Das ist viel schöner hier. Ey, ey. Was? Okay. Das sind meine 40.000. Du machst das nicht, wenn ich bin der Faust. Okay. Genau, Till hat nämlich hier das Sagen. So viel Druck, den halte ich nicht stand. Haha. Ja, in der Tanke ist keiner drin, der mir irgendwas verkaufen kann. Naja. Ja, ne, das ist glaube ich während den Missionen... Da fang mal nicht unnötigen Schießereien in der Tankstelle an, das wäre schon... Ne, ich wollte eigentlich nur Mars-Riedel kaufen. Ja, aber das weißt du ja nicht. Nachher gehst du rein mit einer Maske auf dem Kopf. Dann gibt's gleich Ärger. Ach, Mensch, dieser Pilot. Wann macht denn der hier mal? Ja, ich weiß ja nicht, ich müsste... Gib mir ein schnelles Flugzeug und dann ist auch eine Ruhe, Mensch. Ja, die Jammerlappen. Naja. Die Menschen da, ich lande ja grad. Normalerweise geht das schon schneller. Ja, ja, am Arsch. Hahaha. Wo kommt der Stütz jetzt einfach ab? Boah. Was für eine Landung. Ah, eine Traumlandung, keiner.